Wer oder was ist ein Dennis? Äh, ein Dennis, das Was ist schon richtig. Dennis ist Heideltraut, ist der Bruder meiner Frau und äh... Genau, er war früher mal Redakteur bei Playmassive. Genau, genau, genau. Leute, ich nenn Pan immer meine Frau. Hä, was ist denn mit euch? Das ist jetzt kein Novum. Ich mach das immer. Seit Jahren schon. Hä, was ist denn mit euch? Nein, sonst ist Hase. Ja, das sag ich zu ihr. Ich sag ja zu ihr nicht Frau. Was ist denn jetzt? Na, vielleicht auch. Mach ich auch manchmal. Ja, aber ich sag zu ihr Hase. Aber ich sag nicht zu euch. Ja, Dennis ist der Bruder von Hase. Wer ist denn Hase?